Sie hat für uns geräumt. Ne? Ja. Du hättest eigentlich die andere Seite hoch müssen. Soll er jetzt an der Jektamoll hoch, ne? Hier hoch oder? Ne, einen weiter. Überall noch fängst du auf. Kommen Sie weg ein bisschen müde. Oh mein, du bist ein bisschen müde. Ja, ich bin müde, ne. Vier kannst du, ne, einen an der Jektamolle hoch, da ist die Baustelle. Oh! Oh! Hallo Dik, Allahümme, Baba. Wir haben gekauft Olegiumöl, ein Milchkuchenring, Schokofrischkäse, ein Quetschi, so ein bisschen Käse, Mini-Keloks, Kodun, Zucker, ein Butter, Milch und dann Brot, zweimal Tomaten, noch ein Milchbrötchen, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Zucchini, Zucchini und wir haben einmal dieses Brot, Kartoffeln, wir haben Melihas Kakao, noch einmal Frischkäse, Gewürze haben wir, Pfefferminze, Tecic und Tinian also, sie haben einmal so eine Wurst und Paprika, wir haben Melihas Erdbeer, Schokoriegel, das haben wir aus Deutschland mitgebracht für die Katzen, wir haben einen Joghurt, noch mehr Wurst, wir haben Nektarinen, Auberginen, Käse, wir haben Oliven, eine Milch, eine Wassermelone, ganz viel Wasser, zwei Eier, so, das haben wir alles jetzt geholt. Das versucht sie, in den kleinen Kühlschrank zu quetschen. Sie ist eine Künstlerin, das zu tun, deswegen darf sie das machen. Das kann weg eigentlich, das haben wir schon länger, das kann man noch essen eigentlich. Ich werde mal versuchen, den Joghurt auch zu essen, dann kann der schon mal weg. Ich werde mal zwei gehen, dann kann ich jetzt die Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kaal koholo. Und nicht mehr, wenn es so ist, dass wir hier noch einmal wieder sehen können. Ich werde mal, wenn ich dann nach einem Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank-Kühlschrank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 In Alanya gibt es nur selten Regen. Regen ist nicht so schlimm. Donner. Ist nicht schlimm? Donner ist nicht laut. Donner ist leise. Gewitter ist laut. Gewitter ist laut. Ja. Du bist so schlimm. Du bist so schlimm. Du bist so schlimm. Ich habe sie nicht gewachsen. Ich料ar 웃los im Jahr. Ein Mädchen hat ein Fahrrad. Ein richtig schönes Fahrrad. Rosa. Vusy da kommt noch ein Fahrrad. Nein, ein Roller. Willst du meine Hand halten? Nein, ich kann es nicht. Warum? Ich kann es nicht alleine laufen. Aber wenn du stolperst? Ich mache die Nessen platt. Wir müssen ein bisschen langsamer gehen. Wir müssen eine Koala zeigen. Sie können hier funktionieren. Wir müssen hier fahren. Ja, ja. Wir müssen vielem only sehen. Thema ist wie ein Knochen. Sie sind eine Schmerz, die ich 2.000 km war. Ich bin der St. Jörg. Ich bin der St. Jörg. Sie sind im Jörg. Was sieht, da ist eine Straße? Müssen wir dich wieder festhalten jetzt. Das ist eine große große Kante. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist die Mahländer. Heute, die die Schweizer stool schön. Ja. 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 Ja.